Diesen Kia sollten Sie sich unbedingt anschauen. Er hat einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Klimaanlage, einem Bordcomputer und Zentralverriegelung ausgestattet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Kia machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017